Hallo, in diesem Video zeige ich euch die Dini im Korbmuster. Ich habe hier die Wolle Lana Grossa Mille 2, Farbe Nr. 53, ich glaube die heißt B und eine 6. Ihr braucht ungefähr drei Knäuel davon, weil dieses Korbmuster verbraucht etwas mehr Wolle als eine normale Bini. Ich fange an mit meinem Fadenring, den zeige ich jetzt auch noch mal. Ich lege so den Faden auf die Hand, überkreuze, halt hier mit dem Daumen fest, gehe hier hinten mit der Nadel rein, hole den Faden und mache eine Luftmasche. Da ist der kurze Faden, an dem ihr später festzieht. Wir fangen an mit drei Luftmaschen, zwei, drei und das ist schon unser erstes Stäbchen. Ich werde mit zwölf Stäbchen anfangen, also werden es zwölf Gruppen mit vier Reliefstäbchen, also 48 insgesamt. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr dickere Wolle habt, mit zehn anfangen und auch vier Gruppen machen, dann habt ihr 40. Ihr könnt auch zehn Gruppen mit fünf Reliefstäbchen machen, dann habt ihr 50. Also müsst ihr schauen, wie viele Maschen ihr braucht, wie groß die Mütze werden soll. Ganze Stäbchen, Umschlag holen, Faden holen, noch mal Faden holen, durch zwei Schlingen, es liegen zwei Schlingen auf der Nadel, noch mal Faden holen, durch die anderen zwei. Das ist ein ganzes Stäbchen und davon machen wir insgesamt zwölf mit den drei Anfangsmaschen mitgezählt. Wie die Reliefstäbchen gehen, zeige ich euch auch gleich. Ich werde aber unter dem Video einen Link von Drops einstellen. Da ist das auch ganz toll sichtbar, falls ihr das hier nicht so gut sehen solltet. nochmal nachziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf. Ziehe ich den Ring zu und ich schließe in die dritte Luftmasche von meinen drei Anfangsluftmaschen, stecht vorne ein, holt den Faden und durch beide Schlingen. Das ist jetzt schon Ende der ersten Runde. Um auf die Höhe zu kommen, mache ich wieder drei Luftmaschen. Und in das erste Stäbchen, das ist hier, also hier habt ihr geschlossen, da ist das nächste ganze Stäbchen. Jetzt kommt ein Reliefstäbchen. Dazu holt ihr den Faden und sticht zwischen die Stäbchen nach hinten und wieder um das Stäbchen rum nach vorne. Der Faden liegt vorne, den holt ihr jetzt durch und dann durch zwei und nochmal durch zwei, wie das ganze Stäbchen. Das ist ein Reliefstäbchen von vorne. Wir verdoppeln dieses auch gleich in der Runde. Das heißt, wir stechen nochmal zwischen die Stäbchen ein, zwischen den anderen zwei wieder raus, holen den Faden nach oben, nochmal Faden holen, durch zwei und nochmal durch zwei schlingen. Das sind jetzt zwei Reliefstäbchen von vorne in das erste Stäbchen. In das nächste Stäbchen der Vorrunde machen wir ein Reliefstäbchen von hinten. Das heißt, wir holen einen Umschlag, stechen von hinten in den Zwischenraum, um das zweite Stäbchen rum. Ihr habt es dann so auf der Nadel, holen den Faden und ziehen ihn von hinten durch. Also dann legt sich auch dieses V der Masche, klappt nach vorne, holt den Faden durch zwei Schlingen, nochmal Faden holen, wieder durch zwei Schlingen. Das ist jetzt das Reliefstäbchen von hinten. Hier verdoppel ich noch nicht, also in dieser Runde verdoppel ich nur, mache ich nur zwei Reliefstäbchen von vorne und eins von hinten. Also nochmal Umschlag holen, nächstes Stäbchen von hinten nach vorne stechen, Faden liegt vorne, Faden holen, nochmal Faden holen, durch zwei Schlingen, nochmal Faden holen, durch zwei Schlingen. Verdoppeln, also nochmal in dieselbe, von hinten nach vorne, und wie ein ganzes Stäbchen fertig häkeln. Dann wieder von hinten. Faden holen, von hinten nach vorne, wieder nach hinten, Stäbchen liegt so auf der Nadel, der Faden ist hinten. Uppala, Entschuldigung. Und durchholen. Faden holen, durch zwei, Faden holen, durch zwei. Machen wir wieder zwei Reliefstäbchen von vorne ins nächste. Und eins von hinten. Und das nächste Stäbchen wieder zwei Reliefstäbchen von vorne. Und eins von hinten. Zwei von vorne. Zwei von vorne. Eins von hinten. Eins von hinten. Zwei von vorne. Und da sind die drei Luftmaschen, die wir zu Anfang hatten. Also quasi unser erstes, beziehungsweise hier jetzt das zwölfte Stäbchen. In der Runde lasse ich das so. Das bildet hier quasi meine, von hinten, sage ich jetzt mal, mein hinteres Reliefstäbchen. Das heißt, ich schließe jetzt wieder in die dritte Luftmasche. Faden holen, durch beide. Wieder drei Luftmaschen, um auf die Höhe zu kommen. Und jetzt häkeln wir zwei Reliefstäbchen von vorne, die wir vorher verdoppelt haben. Und das hintere, das werden wir jetzt verdoppeln, also zwei von hinten. Faden holen. Hier ist das erste Reliefstäbchen von vorne. Das zweite von vorne. Und hier ist das hintere, das verdoppeln wir. Also wieder von hinten nach vorne. Faden hinten holen. Und das verdoppeln wir jetzt. Das heißt, nochmal in dieselbe. Von hinten ein Reliefstäbchen. Das heißt, in der Runde haben wir dann immer zwei Reliefstäbchen von vorne und zwei von hinten. Geht's weiter. Also ihr habt ja hier die zwei von vorne. Die gehen hier so auseinander. Und das nächste von hinten verdoppeln wir wieder. Die nächsten wieder von vorne. Da sind die zwei Doppelten. Da sind die erste. Und ins zweite. Wieder hinten verdoppeln. Und zwei Reliefstäbchen von vorne. Und zwei Reliefstäbchen von vorne. Also die Verdoppelung erfolgt in den ersten Runden immer abwechselnd. Wieder zwei von hinten. Die zweite. Ich finde persönlich, dieses Korbmuster macht sich am schönsten, wenn die Wolle noch dünner ist und mit einer kleineren Nadel arbeitet. Dann wird's etwas filigraner. Dann könnt ihr auch, dann habt ihr auch mehr Gruppen mit mehr Stäbchen. Schaut für mich persönlich noch schöner aus. So, da merke ich gerade, ich habe in der Vorrunde vergessen, die letzte zu verdoppeln. Muss ich mogeln. Verdoppel ich sie jetzt. Jetzt sind wir wieder bei unserer Kettmasche. Dadurch, dass ich hier vorher nichts von hinten gemacht habe, sondern nur geschlossen habe, habe ich jetzt hier ein Stäbchen und um dieses Stäbchen mache ich jetzt von hinten mein Relief. Und zwar mache ich nur eins, weil hier habe ich meine zweite Strebe, die schließe ich wieder. Wieder mit der Luftmasche fahrenholen und schließen. Dann habe ich hier zwei zwischendrin. Wieder drei Luftmaschen und jetzt haben wir zwei jeweils. Wir haben vorher ja von hinten verdoppelt. Jetzt verdoppeln wir wieder eins von vorne. Also eins mehr. Wir machen aus zwei, drei. Das heißt, das erste mache ich ganz normal von vorne. Und das nächste von vorne verdoppel ich. Dann mache ich zwei Reliefstäbchen von vorne rein. Und zwei. Dann habe ich hier hinten die zwei. Wirklich normal erst das eine von hinten und dann das andere von hinten. Dann wieder ein Reliefstäbchen von vorne. Und in das zweite vordere Reliefstäbchen zwei Reliefstäbchen von vorne. Wieder zwei von hinten. Und so weiter, bis ihr am Ende der Runde seid. Jetzt bin ich wieder am Ende von der Runde. Habe hier meine drei Reliefstäbchen von vorne gemacht. Also die zweite verdoppelt. Dann haben wir hier diese zwei dazwischen. Also das erste von hinten. Und jetzt auch um das zweite. Um unsere, sage ich jetzt mal, drei Luftmaschen, die wir da haben. Auch nochmal. Zwei von hinten. Und schließen das Ganze wieder mit der dritten Luftmaschen um. Also ihr seid eigentlich hier immer wegen diesem einen Stäbchen im Voraus. Das heißt, ihr hättet jetzt hier schon drei. Beim Abschluss der nächsten Runde machen wir hier auch unsere drei Reliefstäbchen von hinten. Also hier wird nichts verdoppelt. In der nächsten Runde machen wir wieder unsere drei Reliefstäbchen von vorne. Da wir gerade eben erst verdoppelt haben. Und hier verdoppeln wir die zweite von hinten mit zwei Reliefstäbchen von hinten. Also nochmal drei Luftmaschen. Und unsere drei Reliefstäbchen von vorne. Und drei. Wieder von hinten. Eins. Und das zweite machen wir zwei Reliefstäbchen von hinten. Somit habt ihr drei. Und wieder drei von vorne. nochmal hier. Das erste bleibt hinten einzeln und die zweite hinten wird verdoppelt. Einmal und nochmal von hinten. Das habt ihr hier verdoppelt. Und so machen wir weiter bis zum Ende der Runde. Jetzt bin ich wieder am Ende der Runde und habe hier meine drei Reliefstäbchen von vorne. von hinten. Eins. Zwei. Und jetzt kommen wir wieder zu unseren drei Luftmaschen hier. Das heißt, die machen wir auch noch von hinten. haben jetzt schon hier drei. Eins, zwei, drei. Das heißt, hier verdoppeln wir nicht, weil wir hier noch die hier haben. Und wieder Kettmasche anschließen. Und jetzt in der letzten Zunahmerunde nehme ich sowohl hier zu als auch bei den hinteren. also ich mache vier hier rein und vier da. Also fang an. Vier von vorne. Zwei. Das wird immer die letzte verdoppelt. Zwei. Und hier dritte und viertes Leerstäbchen. Zwei. Und hier verdoppeln wir. Dann habt ihr vier vorne und vier von hinten. Bis zum Ende der Runde. So, jetzt bin ich wieder am Ende der Runde und habe hier schon die ersten drei von hinten noch gemacht. Da ich in den folgenden Runden ohne Abschluss, also sozusagen in Spirale häkeln will, werde ich jetzt diese Stäbchen nicht mehr von hinten machen, sondern mache gleich hier meine Kettmasche und habe sozusagen dann hier mein viertes Stäbchen von hinten. Wenn euch das immer noch zu klein ist, dann macht ihr das in der vorigen Runde wieder abwechselnd. Das heißt, dass ihr dann immer eins hier verdoppelt und dazwischen noch nicht und dann nochmal eine Runde, wo ihr hier das vierte verdoppelt. Gut. Also, ich häkle jetzt ohne Rundenabschluss. Das heißt, ich brauche auch keine drei Anfangsluftmaschen. Und jetzt wechseln wir auch das Muster. Das heißt, da wo wir vorher vier Reliefstäbchen von vorne gemacht haben, machen wir jetzt vier Reliefstäbchen von hinten. Ich markiere mir hier auch mein Rundenende. Also, es ist am Anfang recht, finde ich, hilfreich. Das letzte Stäbchen kann man auch. Ungefähr so. Da weiß ich, Achtung, hier ist dein letztes Stäbchen. So. Das heißt also, wir haben gesagt, die vier von hinten. Und jetzt ohne Zunahme. Und die vierte. Die nächsten vier waren von hinten in der Vorrunde. Jetzt machen wir sie von vorne. Also, von vorne den Faden hin. Um das Stäbchen rum, von vorne hin. Und das vierte nicht vergessen. Jetzt vier von hinten. Jetzt vier von hinten. Wir sehen uns wieder am Ende hier bei der Markierung. Okay. Jetzt bin ich wieder am Ende. Ich mache jetzt hier statt von hinten von vorne meine Reliefstäbchen. und da ist mein markiertes Stäbchen. Das heißt, da mache ich noch meine vierte von vorne. Wir haben ja gesagt, wir machen ohne Rundenabschluss weiter. Ihr behält jetzt dieses Muster. Das heißt, ihr macht jetzt noch drei Reihen, ohne dass ihr wechselt. Also, hier haben wir ja gesagt, da waren wir von vorne. Jetzt sind wir von hinten. Also, ihr bleibt von hinten. Hier wieder vier von vorne. Und das macht ihr jetzt drei Runden. Und dann wird das, also vier insgesamt. Und dann wird das Muster wieder gewechselt. Das heißt, da wo ihr von hinten Reliefstäbchen gemacht habt, macht ihr wieder welche von vorne. Jetzt habe ich meine vier Runden fertig. Und jetzt wechseln wir wieder. Das heißt, da wo wir vorher Reliefstäbchen von hinten gemacht haben, also zuerst mal von vorne, von hinten, machen wir sie jetzt wieder von vorne. Und hier machen wir dann Reliefstäbchen von hinten. Also, hier waren wir von vorne, von hinten. Dann machen wir wieder mal hier von vorne. Dann machen wir wieder mal hier von vorne. Und das Ganze machen wir wieder über vier Runden. Also, genau. Umgekehrt. Jetzt habe ich meine vier Runden wieder fertig. Und habe mir die Markierung auch nach oben geholt. Also, das hier ist mein letztes einer Runde. Und jetzt wechseln wir wieder. Und jetzt wechseln wir wieder. Also, jetzt machen wir wieder da, wo wir vornere Reliefstäbchen hatten. hintere. Wir stechen so ein und holen den Fahnen von hinten. Und hier dann vier von vorne. Und das machen wir dann so weiter wieder über vier Runden, sodass wir wieder so einen Abschnitt hier haben. Jetzt bin ich fertig wieder mit meinen vier Runden und komme auch schon zum Ende der Mütze. Der Abschluss ist, wie immer, jedem selbst überlassen. Ich habe zum Beispiel bei der hier eine Runde komplett noch mal Reliefstäbchen von hinten gemacht. Dann habt ihr hier noch mal so einen Rand und dann mit festen Maschen abgeschlossen. Ihr könnt auch eine Runde nur Reliefstäbchen von vorne machen und dann die festen Maschen. Ich werde einfach nur noch feste Maschen machen und bin hier bei meinem letzten Reliefstäbchen. Ich mache jetzt eine Kettmasche in die nächste Masche einfach. Dann habe ich hier eine Höhe. Dann mache ich eine Luftmasche und in festen Maschen weiter, bis ich einfach die gewünschte Länge habe, die ich auch brauche. Das Muster könnt ihr auch natürlich für eine Longbeanie verwenden. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe jetzt zwei, also ich bin in der zweiten Runde feste Maschen. Und das ist auch das Ende. Das heißt, ich mache jetzt hier eine Kettmasche. Nochmal eine Luftmasche, die mir als Knoten dient. Faden abschneiden, durchziehen. Der Markierungsfaden kann jetzt auch weg. Und auf jeden Fall nähen wir noch. Und das wäre die Beanie im Korbmuster. Viel Spaß beim Nachhäkeln. Tschüss.